Sommer, Sommer, Sonnenschein, da fällt mir bei uns hier im Haus nicht nur unser Morbots ein. Liebe Zuseherinnen und Zuseher, ein herzliches Grüß Gott zu einer weiteren Ausgabe des Intercenter Tales Magazins. Wie man sieht, eingekleidet bin ich wieder einmal worden, diesmal von unserer Expertin der Easy von Morbots. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, das wären Schuhe. Ja, Fredi, wie du siehst, zu deinem Outfit hatte ich schon einen perfekten Schuch da gefunden und das war nämlich der neue von Supra in blau. Ich glaube, Schuhgröße 45 darf auch da hinkommen. Probieren wir einmal, oder? Ja, passt, bin ich dabei. Huii! Entschuldigung, aber da wärst du echt verleitet, da ist da ein Haufen Haussballon, vor allem ein Long Bartz und dann sind es dann alles. Wir haben nicht nur Long Bartz da, sondern auch Scooter, Skate Bartz, alles mögliche. Ja, brutal, aber von Gewandt ist auch nicht wenig, was ich da so sehe, gell? Nein, also wir haben alles, was uns Herz begehrt. Wir haben T-Shirts, lange Hosen, kurze Hosen, Bade-Shots, Flip-Flops, Socken, also wirklich bei den kleinsten Sachen angefangen, bis hin zu Rucksäcken, eben Reisetaschen, alles mögliche. Reisetaschen, da fällt mir gerade Urlaub ein, was ich gleich mal buchen werde. Ich schaue ja immer mehr auf die Herren, als wir auf die Damen. Ich meine von der Mode her, aber ich glaube, die Damen kommen bei dir sicher auch nicht so kurz, oder? Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben jetzt eh ganz so neue Marke eigentlich gekriegt, da sind jetzt schon die ersten Herbstsachen gekommen. Nymph heißt die Marke und da haben wir jetzt eben schon verschiedene Blusen gekriegt und eben auch mit verschiedenen Mustern. Schaut eigentlich schon ganz lässig aus, bin ich gespannt, was noch kommt. Es ist eben auch ein Nakedano, haben wir nach wie vor auch noch, ist ganz so eine beliebte Marke bei den Mädels. Da haben wir eben auch schon die ersten Herbstmodelle gekriegt von den Pullover. Kommt einfach vorbei und schaut, ob sie kommen lassen. Ja, der Sommer steht vor der Tür, auch bei uns beim Herbis. Es gibt von Bademode angefangen bis zu den sportlichen Aktivitäten, wie zum Beispiel Räder. Hammermäßige Preise, super Farben und eben, wie gesagt, tolle Angebote. Nur einen Hinweis möchte ich Ihnen auch noch geben, den Rad-Service nicht zu vergessen. Tauchen Sie ein in die neue Herbis Shopping-Welt. Ganz dem Motto, more ways to shop. Sie wählen, wo und wann Sie kaufen. Ob Sie Ihren Einkauf gleich mit nach Hause nehmen, ihn von zu Hause aus kostenlos in die Filiale liefern lassen oder bequem zu Ihnen nach Hause. Sie entscheiden, was Ihnen am liebsten ist. Das ist Service à la Herbis. Bei Herbis finden Sie jetzt auch die beliebte Sportler-Kamera GoPro Hero 3 noch kleiner, noch leichter, noch gewaltiger. Mit Deko von Depot bekommen Ihre Räume ein ganz eigenes Gesicht. Erkunden Sie die Vielfalt an extravaganten Deko-Artikeln jetzt im Intercenter Telfs. Specials für die Garten- und Grillsaison und vieles mehr. Liebe zum Detail und ein Blick fürs Ganze. Das zeichnet das Konzept von Depot seit Jahren aus. Liebe Kinder, bald ist es soweit. Der Schulschluss steht vor der Tür und was noch wichtiger ist, die großen Sommerferien warten auf Euch. Aus diesem Grund feiern wir wieder am Freitag, dem 4. Juli von 9 bis 14 Uhr, direkt nach der Zeugnisvergabe, die große Schulschlussparty bei uns im Intercenter Telfs. Schultaschen weit werfen, dass man richtig fühlen kann, dass die Sommerferien vor der Tür stehen. Natürlich nehmen wir nicht die eigenen Schultaschen her, bitte liebe Kinder. Kreative Akrobatik mit dem Airtrack haben wir wieder vorbereitet für Euch. Und auch das Tafellöschen mit einer großen Spritzpistole. Wie Ihr seht, der Spaß kommt nicht zu kurz bei uns im Intercenter Telfs. Und wenn Ihr alle Stationen bravourös meistert und mit dem eigenen gestalteten Intercenter Telfs Zeugnis dann zu den Zeugnisbelohnungsstationen kommt, dann erwartet Ihr Euch eine coole Überraschung. Und zwar ein gratis Eintritt für den Alpine Coaster in Imst und der Prima Pick spendiert wie jedes Jahr wieder einen Kugel Eis gratis für jedes Kind. Apropos Eis, das kann ich natürlich nicht nur den Kindern empfehlen, sondern auch allen Erwachsenen. Kommt vorbei zu uns ins Intercenter, blättert ein bisschen die Eiskarte durch beim Prima, das ist himmlisch. Achtung liebe Kinder und Eltern, am Samstag, dem 12. Juli von 10 bis 14 Uhr ist der allseits beliebte Kinderflohmarkt Kinderlieb. Komm gleich vorbei und reserviere Dir einen Stand, die besten Plätze sind beinahe weg. Bis bald im Intercenter Telfs. Ja, liebe Zuseherinnen und Zuseher, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und somit bleibt mir nur noch zu sagen, bis bald im Intercenter Telfs. Alles Gute fürs Oberland. азdeck. Untertitelung des ZDF, 2020